So, wir müssen jetzt auf den Markt gehen, Sachen einkaufen, wir haben jetzt 50 und müssen einkaufen, dann gehen wir kochen. Mal was ganz anderes, das ist mal ein Ausflug der ganz anderen Art. Aber wir freuen uns jetzt schon alle drauf und schauen einfach mal, was uns alles so erwartet hier.